heute geht es ums aromafreie dampfen und die frage ob das sicherer ist als mit aromen zu dampfen also klassische liquids zu dampfen und das kann natürlich noch keiner ganz genau sagen weil es solche vergleichenden studien noch gar nicht gibt und natürlich auch sehr viele unterschiedliche aromen gibt aber wir haben auf der einen seite nun mal die grundsubstanzen also propylene glycol glycerin und wasser und die sind halt schon relativ gut erforscht da hat man seit 80 jahren auch inhalativ schon eine menge an wissenschaftlicher daten zur verfügung und die lassen er darauf schließen dass es keine ernsthaften nebenwirkungen zu befürchten gibt also man hat zum beispiel ich unterbreche jetzt hier gleich mal für eine frage hat von euch irgendjemand schon mal die idee gehabt oder das auch mal durchgezogen wirklich einfach nur base zu dampfen also das ist mir eben niemals in den sinn gekommen base mit oder ohne nikotin je nachdem was ihr eben jetzt so dampft einfach quasi dann wirklich nur noch um hier diese bewegung zu haben das inhaliergefühl zu haben meine schwester weil sie auf irgendwas reagiert hatte okay und hat sie es denn durchgehalten und war sie damit zufrieden oder war das dann irgendwie so weil so stellen wir es vor kein geschmack und dann vielleicht maximal den throat hit aber ja und die die nikotin aufsättigung aber darum auch hier so dieses thema weil das in meinem kopf so gar nicht drinnen war bei theaterbühnen seit 80 jahren meint er nicht dampfen sondern die auswirkungen von so theaternebel propylene glycol und glycerin das ist halt schon seither bekannt und da gibt es genug studien über das thema so ist das gemeint ja pauli hochton hat es auch schon ausprobiert vielleicht ist eh jeder nur ich halt noch nicht ja schwierig zu sagen sie hatte da zumal gleichzeitig was mit dem magen darum hat sie dann aufgehört ganz okay sie hat es nicht länger durchgezogen die mutter meiner freundin dampft seit jahren nur base ist vollkommen zufrieden damit für mich wäre das nichts ex exxert 9 grüß dich übrigens ja also wie gesagt es scheint ein gängigeres thema dann trotz doch zu sein hier als ich mir das wirklich vorstellen konnte mir wäre das nie in den sinn gekommen nie never ever weil da gab es schon größere untersuchungen also nicht nur anhand von verschiedenen tieren die man da jahrelang zum Teil sogar dem Dampf ausgesetzt hat, sondern man hat auch geschaut am Broadway zum Beispiel, was die Schauspieler sagen, die jedem Tag den dichten Theaterbühnennebel ausgesetzt sind und da gab es dann so verschiedene Nebenwirkungen, also manche reagieren halt auch sehr empfindlich darauf, es gibt zum Beispiel Unverträglichkeiten gegenüber Propylenglykol, außerdem gibt es dann halt auch noch den Effekt, dass Propylenglykol und Glycerin, also der Dampf grundsätzlich hygroskopisch ist, das heißt, er bindet Feuchtigkeit und der kann halt die Schleimhäute auch ein bisschen austrocknen, also sowohl einen trockenen Hals verursachen, als auch Nasenschleimhäute, Nebenhüllen, aber auch die Augen, also das wurde zum Teil dann auch berichtet von den Schauspielern und Sängern, die einen haben gesagt, ja, ich habe irgendwie brennende Augen, die anderen haben gesagt, sie spüren es irgendwie an der Stimme, dass die Stimme nicht mehr so gut funktioniert, wenn sie zu sehr dem Dampf ausgesetzt sind, aber es konnten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen beobachtet werden und das ist halt wichtig und das muss ich jetzt einmal kurz unterbrechen, erstens mal Patricia schreibt, naja, wenn es nicht anders ginge, früher beim Rauchen hatte man auch nur einen Geschmack akzeptiert, von daher, ja, und Pauli Hochton schreibt auch, ich mache es von Zeit zu Zeit öfter. Hast du einen Geschmack überhaupt bei Base Pur? Also ich stelle mir mal vor, nix, ja, weil sie verunstaltet ja jetzt nicht in irgendeiner Weise den Geschmack des Aromas. Robilenkelkohl habe ich hier mit dabei, ne, im Aroma, aber, aber trotzdem, wie ist denn der Eigengeschmack? Ja, lieber kein Geschmack als wieder Pyrus. Ja, das ist ja gar keine Frage. Bloß, ich hatte das nie auf dem Schirm, weil er von Anfang an quasi auch schon so konditioniert wurde, dass das natürlich in Verbindung mit einem Geschmack stattfindet. Egal welcher. Dass das irgendwie mit einem Geschmackserlebnis verbunden wird. Und eben nicht kein Geschmack. Deswegen nie die Idee gehabt, das irgendwie mal auszuprobieren, ja. Max V. G. King, servus, grüß dich. Mach's doch mal. Ja, also aufgrund dieses Videos, das wir uns gerade hier reinziehen, ist die Idee natürlich schon mal geboren, aber wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ihr habt das schon mal gemacht, ist es süßlich, ist es irgendwie komplett neutral, hat das irgendwie, geht das in irgendeine Richtung. Ich werde die eigene Erfahrung dann auch mal so machen und vielleicht auch mal darüber berichten. Ganz ehrlich, ich bezweifle, dass es mich jetzt abholt, weil ich jetzt nicht die Angst habe vor den Aromen und vor den Inhaltsstoffen. Und ich einfach auch schon mit Dampfen eben Geschmack verbinde, ja. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass mich das jetzt so abholt, dass ich sage, wow. Nie wieder Shortfils oder Longfils, ja. Leute, die kein stilles Wasser oder überhaupt Wasser trinken, können sich das auch nicht vorstellen. Trotzdem trinken ganz viele nur Wasser, ist ja auch kein Geschmack. Jein, 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 jein. Die Wiener Hochquellwasserleitung bringt tatsächlich bravouröses Wasser. Ich selber bin wahr oder bin, weiß ich nicht, kein Wassertrinker. Ich brauche auch immer Geschmack. Ob es ein Sirup ist, ob das irgendwie eine Limonade ist, irgendwas. Ich brauche Geschmack beim Trinken. Aber es gab jetzt halt schon so Tage, wo irgendwie Einkauf faul war, Flaschenschlepp faul war und halt dann auch mal hier an die Wasserleitung ging und natürlich auch dann zufrieden war damit. Man muss sich aber auch irgendwie dann dran gewöhnen, irgendwie reinleben, in das Wasser trinken. Kann schon noch was. Kenne aber Städte auf dieser Welt und nein, damit meine ich jetzt nicht nur Marokko oder so, also auch Österreich oder Deutschland. Wo das Wasser aus der Wasserleitung wirklich nicht nach nichts schmeckt, sondern Kacke schmeckt, ja. Da ist halt dann irgendwas von irgendwas mehr drinnen oder irgendwelche Belastungen drinnen, die einfach für mich scheiße schmecken, ja. Und das ist das dann, ja. Was für ein Rotwein hast du in deinem Glas? Ihr werdet jetzt, also wenn ich das jetzt zeige, nach dem, nach dieser Reaction zeige ich es her, ihr werdet lachen. So, aber gehen wir jetzt mal weiter. Lässt man es natürlich auch in den Diskotheken, in den Theatern etc. Und selbst in Kinderdiskotheken hat niemand was dagegen, wenn da eine Nebelmaschine steht. Und aus so einer Nebelmaschine kommen mal eben 500 Mal so große Dampfmengen raus als aus einer E-Zigarette. Ja, aber vielleicht sagt er es noch, es ist daneben. Es ist daneben. Und meiner Meinung nach ist es natürlich jetzt schon ein großer Unterschied, ob ich jetzt hier die volle Menge hier davon inhaliere oder ob es so als Nicht-Sänger, Schauspieler, der unmittelbar im Nebel steht, aber eben als Besucher, ob das jetzt zwei Meter weg ist, ob das jetzt 20 Meter weg ist oder auf großen Bühnen auch mal 50 Meter weg ist. Das ist schon ein Unterschied. Das muss man schon sagen. Die Menge, die ich hier beim Dampfen aufnehme, wird garantiert eine größere sein als die, die ich jetzt als Besucher eines Konzerts, Theaters, Zirkus, was auch immer, da zu mir nehme. Also können wir festhalten, Propylin, Glykol, Glycerin, die sind beide schon relativ gut erforscht und da weiß man schon relativ gut, woran man ist. Auf der anderen Seite stehen dem gegenüber jetzt die Aromen und Zusatzstoffe. Und das sind halt zum großen Teil eigentlich Aromen und Zusatzstoffe, die auch in der Lebensmittelindustrie Anwendung finden. Und die sind auch weder toxisch noch krebserregend, aber halt hauptsächlich untersucht in der oralen Aufnahme und nicht in der inhalativen Aufnahme. Das ist ja immer wieder ein Kritikpunkt, der auch kommt und der auch völlig stimmig ist und auch oftmals unreflektiert von der Dampferszene so rausgeschmissen wird. So, ja, das sind ja Lebensmittelaromen. Ja, aber es ist natürlich korrekt, dass diese Lebensmittelaromen wirklich nicht für eine Inhalation produziert wird und hergestellt, also ist jetzt das Gleiche und getestet wurde. Und das ist dann schon ein Unterschied. Und da gibt es auch immer wieder kritische Stimmen. Und wir haben da auch schon Risiken gefunden, zum Beispiel bei Diacetyl und generell bei Diketon. Da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil die sind mittlerweile sowieso verboten. Aber dann hat man auch gesagt, okay, Farbstoffe werden zum Teil kritisch gesehen und eher als riskant angesehen. Dann haben wir Triacetin-haltige Liquids, die können Kunststofftanks angreifen und Weichmacher, krebserregende Weichmacher rauslösen, die dann am Ende in der Lunge landen könnten. Dann haben wir, ja, Sucralose. Bei der Erhitzung dann Dioxine entstehen können, die hochtoxisch sind und dementsprechend auch nicht unbedingt empfohlen werden können. Also es gibt da große Unterschiede bei den Aromen. Und grundsätzlich sage ich dann vom gesunden Menschenverstand, okay, es ist jetzt nicht glasklar bewiesen, dass die, die nur Base dampfen, sicherer unterwegs sind als die, die auch mit Aromen und Zusatzstoffen dampfen. Aber vom gesunden Menschenverstand sage ich mir, hier habe ich mehr wissenschaftliche Daten, hier ist die Ungewissheit kleiner und dementsprechend empfinde ich es auch als sicherer. Du minimierst natürlich das eventuell vorhandene Restrisiko. Ich glaube, das ist es, ja. Oder auch das bekannte Risiko. Also wenn ich jetzt allergisch bin oder reagiere, also unverträglich bin, das ist ja ein Unterschied. Und ich weiß, diese Bestandteile sind eben auch in Lebensmitteleromen drinnen. Dann ist es kein Ausschlusskriterium, um zu sagen, ja, ich muss jetzt wirklich hier weiter Tabakzigaretten rauchen und kann jetzt nicht umsteigen auf eine E-Zigarette. Das kann man dann natürlich, dieses Restrisiko minimieren, wenn man, wie er richtig sagt, wenn man dann eben hier auf nur Base umsteigt. Ja, und das kann natürlich schon bei Unverträglichkeiten unangenehm sein. Die Patricia schrieb das. Kann natürlich sein, wie auch immer, ob das jetzt eine Allergie ist oder eine Unverträglichkeit, aber dass du halt dann irgendwie sagst, okay, da hast du natürlich eine berechtigte Hemmschwelle und möchtest eben nicht dampfen, weil warum sollte ich denn, wenn ich schon vorher weiß, da ist was drinnen und dann geht es mir scheiße. Ja, geht nicht. Nur mit Base und wenn du nicht gerade auf Propylen-Glykol oder Glycerin diese Unverträglichkeit hast, ja, dann hast du zumindest hier eine große Chance, ohne Geschmack, aber doch auf der sicheren Seite zu dampfen. Ja, denke, ist ein guter, interessanter Ansatz. Ja, so alt musste ich werden, dass ich den mal mitbekomme. Ich möchte aber auch noch anmerken, dass es da kein Schwarz oder Weiß gibt. Also wir haben zum einen dann extrem stark aromatisierte Liquids, die enorme Mengen an Sucralose und anderen Zusatzstoffen noch beinhalten. Gerade diese Einweg-E-Zigaretten, die halt extrem intensiv auch im Geschmack sind. Daran erkennt man es meistens auch. Und dann haben wir aber auch viele seriöse Hersteller, die ganz bewusst auch die Zusatzstoffe entsprechend auswählen, dass die Umstrittenen gar nicht erst vorkommen und auch die Aromen eher dezent dosieren. Und das macht dann schon einen Unterschied, finde ich, ob ich dann halt 1% Aroma drin habe oder 30% Zusatzstoffe und Aromen. Was mich nur ein bisschen stört an der Sache ist, dass es von der Industrie auch wieder klein gehalten wird. Warum? Wir als Händler und natürlich auch alle anderen Marktteilnehmer, die Hersteller, verdienen kaum was an reiner Base. Also an dem aromafreien Dampfen, das kann man schlecht halten, das kann man schlecht irgendwie promoten. Und es ist natürlich beliebig austauschbar, also geht es dann rein über den Preis. Und ja, dementsprechend ist da natürlich überhaupt kein Interesse von irgendeinem Marktteilnehmer, das irgendwie zu fördern. Und wir finden es aber eigentlich, also wir haben halt festgestellt, dass sehr viele damit sehr glücklich sind und auch total zufrieden, weil viele sagen halt auch beim Rauchen, naja, geschmeckt hat mir das sowieso nie. Was brauche ich da als ein komisches Fruchtaroma oder so? Ich meine, es stimmt natürlich. Also gut, wenn ich jetzt eine Firma hätte, die ausschließlich Base, egal ob genau schon zusammengemischt oder eben hier Extra-Komponenten herstellt, ist es mir scheißegal, ob der Endkunde dann noch Aromen beimischt oder nicht. Ja, du wirst wahrscheinlich die gleiche Anzahl an Base verkaufen. Und ein kleiner Blick hier auf die Messen. Da ist ja auch Base meistens bei Werk. Das ist halt so, da gehe ich hin, dass ich mir jetzt irgendeine meistens günstige Base als Schnäppchen mitnehme. So war es und so wird es wahrscheinlich auch bleiben. Das ist jetzt hier kein Thema. Die Basen sind doch alle wirklich neutral, fast alle, ich kenne wenige Ausnahmen, neutral bebildert, beschildert. Also da gibt es jetzt keinen Eyecatcher, wo ich sage, da muss ich hier unbedingt hin und diese eine Base kaufen. Da bist du natürlich hier auch von der Konkurrenz hier völlig abhängig, weil schalte mal, wie er sagt, schalte mal hier Werbung für Base. Ja, also, wird jetzt keine Ränder werden. Wird jetzt hier nicht in den Ranking aufscheinen der besten Werbestrategien und besten Werbungen. Das ist Beiwerk. Leider ist es so, auch von mir so gehandhabt. Mein Gott, ich gehe halt in einen Shop und sage, ja, gib mir einen Liter Base. Mittlerweile, bis auf eine Ausnahme, die ich jetzt hier nenne, eine einzige Base, die mir wirklich nicht schmeckt, also wo ich wirklich einen Beigeschmack rausfiltern kann, wenn die dann fertig ist, also das Liquid, alle anderen sind für mich austauschbar. Und da ist es mir wirklich wurscht mittlerweile, welche Base ich mir dann kaufe. Und selbst in den Webshops, die Base steht halt meistens irgendwie unter der Theke, unter der Budel und da wird halt dann rausgenommen, weil sie im Regal halt jetzt auch irgendwie nichts hermacht. Da gewinnen natürlich alle Aromen- und Liquidhersteller. Ganz klare Sache. Und deswegen haben wir mittlerweile immer mehr Kunden, die halt aromafrei unterwegs sind und damit wirklich glücklich sind. Und deswegen auch das Video, weil ich will mehr Leute auch darauf hinweisen, dass es das auch gibt. Weil selbst wenn man halt sagt, okay, ich mag schon meinen Liquid mit Geschmack, das genieße ich dann auch irgendwo. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich dampfe zum Teil aromafrei. Gerade dann, wenn ich am Schreibtisch sitze, mache ich das ganz gern, weil ich das sowieso nicht wirklich mitbekomme. Ich bin so in die Arbeit vertieft und mir hilft das Nikotin ein bisschen, mich besser zu konzentrieren. Aber ich genieße es in dem Moment nicht. Wie gesagt, ich nehme es kaum wahr. Ich fokussiere mich dann voll auf die Arbeit und bekomme da geschmacklich sowieso nichts mit. Und abends, wenn ich dann wirklich genieße, dann genieße ich auch mein natürlich extrahiertes Tabakliquid. Stimmt, Patrizia. Aber ja, ich brauche das nicht unbedingt in jeder Situation. Und deswegen ist es vielleicht für den einen oder anderen von euch ja auch eine ganz gute Idee. Die Coils halten ewig. Es ist günstiger. Es hat eigentlich... Natürlich auch ein Punkt. Ja, natürlich. Die Coils halten länger. Aber für mich ist es halt auch so, ich bin jetzt nicht seiner Meinung, weil ich das irgendwie anders für mich empfinde. Wenn ich mal über längere Zeit ein und derselbe Liquid dampfe, dann sagen wir auch schon öfters, wie ich hier besprochen, dann habe ich jetzt keine Dampferzunge, dass ich gar nichts mehr schmecke außer Menthol, sondern dieses eine Liquid schmeckt für mich dann irgendwann nach nichts. Jedes andere dann aber wieder, wow. Und ich halte das schon nicht aus. Also wenn ich dann merke, ich schmecke hier nichts oder sehr wenig, muss ein anderes wieder aus der Schublade wieder herausgekramt werden, weil mir das dann eben nicht diese Befriedigung gibt. Also mir geht es hier nicht nur um Solted und nur um Nikotinaufsättigung. Selbstverständlich auch, aber der Geschmack ist für mich schon wahnsinnig wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wenn die Coil langsam durch ist und es kokelig schmeckt und dann scheiße schmeckt, sondern eben auch, wenn es so gut wie nach nichts mehr schmeckt, halte ich nicht mehr aus. Vorteile in der Hinsicht und ja, deswegen wollten wir mal darauf hinweisen, weil es sonst auch keiner tut. Und das aromafreie Dampfen könnte außerdem auch eine Möglichkeit sein, das Dampfen ganz dran zu geben. Also auch das, man selbst kann glauben, aber auch das gibt es, Leute, die aufhören wollen zu dampfen und auch denen wollen wir dann natürlich helfen. Und ja, da kann man dann zum Beispiel sagen, okay, ich reduziere erstmal das Nikotin, bis das Nikotin ganz weg ist, dann lasse ich auch das Aroma weg und dann als letzten Schritt höre ich ganz auf, so ist das so ein bisschen seichterer Ausstieg und ist für den einen oder anderen vielleicht dann leichter umsetzbar. Auch ein super Tipp, auf den ich ja nie drauf gekommen wäre, weil ich es ja nicht wahrgenommen habe. Natürlich, wenn du halt dann irgendwie langsam, langsam weggehst mit den Geschmäckern, theoretisch ja auch dann hier nicht von 0 auf 100, sondern halt irgendwie statt 10% Aroma mal nur 8 und 5 und 3 und so weiter, bis man halt dann hier quasi beim Schluck Wasser gefüllt ist. Ja, super Video. Ich stehe auf die Videos von diesem Laden. Tatsächlich. Also sehr, sehr, sehr zu empfehlen. So herzig. Man mag es kaum glauben, es soll Leute geben, die mit Dampfen aufhören wollen. Ja, 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 ja. Mir ist noch wichtig, darauf hinzuweisen, wir wollen hier nicht das Dampfen mit Aroma madig machen. Ich dampfe ja selber mit Aroma, wie ich schon erwähne. Und jeder muss halt selber entscheiden, für sich, was er möchte und wie viel Risiko irgendwo eingehen will. Und ja, und dann, wie gesagt, soll jeder das machen, was ihn wirklich glücklich macht. Und nur, ich glaube, dass halt sehr viele das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass es das auch gibt, dass man auch aromafrei dampfen kann. Und mit dem Video wollen wir dazu beitragen, dass der ein oder andere das vielleicht einfach mit in sein Liquid-Sortiment dann auch aufnimmt und vielleicht daran dann auch Freude findet und die Vorteile, wie gesagt, die genannten Vorteile des aromafreien Dampfens dann für sich auch genießen kann. Ja, und falls du dich jetzt fragst, naja, ich weiß überhaupt nicht, was in meinem Liquid drin ist und welche Zusatzstoffe ich eher meiden sollte, und welche eher kritisch sind. Wir haben genau zu diesem Thema ein komplettes Video sehr ausführlich gemacht. Das verlinken wir hier. Mach ich gleich. Natürlich. Und ja, schau gerne. Ja, mach ich, mach ich sehr, sehr gerne. Ich zeige es euch hier mal auch. E-Zigaretten-Shop Libaco in Köln. Also die haben hier wirklich Farbstoffe in E-Liquids gefährlich oder harmlos. Kann man ätherische Öle dampfen. Drei Gründe gegen Nikotin-Salz-Liquids. Sollten wir uns auch mal gemeinsam anschauen, weil ich liebe ja Nik Solt. Akkusicherheit Check. Und ihr vor einem Monat, vor drei Wochen, vor zwei Wochen, vor sieben Tagen, vor fünf Stunden. Also ein wirklich, wirklich aktiver Kanal. Ja, ein aktiver Kanal und das freut mich. Hier, weil der Name, also ich glaube, ich brauche jetzt hier nicht den Link hier rein zu schicken, sondern einfach hier den Namen, E-Zigaretten-Shop Libaco in Köln. Kann man machen und ich mag das. Ich mag das Unaufgeregte, genauso wie du das hier gerade so beschrieben hast, Patricia. Das Unaufgeregte, informative, sachlich auf den Punkt kommende Heintippen können wir. Ja, aber es kommt dann so irgendwie vielleicht so das Gemäcker. Ja, aber Link, wo ich nur draufdrücken muss. Ja, komm. Ja. Ich wollte damit nicht sagen, ich unterschätze euch. Never ever. Never ever. Aber cool. Mag den Kanal und auch, weil es kurze Videos sind. Ja, so unter zehn Minuten und damit ist aber auch irgendwie alles gesagt. Ohne schnelle Schnitte, ohne Stress, ohne dass man EP-Anfall dann kriegt beim Video. Super.